Wie er zagt, X und dann auf das schwarze... Kann man keine Reh wahrnehmen? So, oder kann man erst nach dem ersten Rennen? Boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wir müssen jetzt kurz aufstehen. Wir müssen jetzt kurz aufstehen. Ich muss mich erst die Presse fragen, da wir eine scheiß Press aushaben. Oh ja, kannst du das machen? Nee. Okay. Sollte war behemisch kommen, das ist ein Wort. Ja, richtig. Ja, jetzt wird der Bericht. Okay, ah, L2 zurück auf das schwarze. Okay. 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 Das scheiß Ding bleiben mindestens weniger wie zwei Meter von der scheiß Linie weg. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Nein, aber nicht so cool. Bist du ja draußen? Nein. So, du bist gebrochen. So, du bist gebrochen. So, du bist gebrochen. So, du bist gebrochen. Oh, der Reifen sind noch weiter. Ja. So, du bist gebrochen. Wir kommen zum nächsten Mal. Der Kissen ist schon drin. Ich bin jemanden. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. ZDF, 2020 ZDF, 2020 Großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. 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 Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Weiter so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Uns geht der Sprit aus. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Komm, die sind am Ende dieser Runde reinkommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie man sucht, was? Futter und Reinach? Aber nicht ... Fahre eine Runde mit ... Unterdurchschnittlich. ich kann noch qualifizieren versuchen was habe ich da nicht leider eine ganze runde lang nicht mehr als zwei meter von der ideale ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 3. 1. 2. 6. 11. 11. 13. 23. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. Fierce? 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 Okay, okay, okay. Ich finde immer noch so lahm arschig. Da ist Fuzius. WCA oder allgemein nicht? Allgemein nicht. Klar, du kannst bloß sehen, wenn du rausflogen bist. Ich bin nicht blind, aber flexibel. Wie lange ist es noch? Ich bin auf der Strecke, keine Ahnung. Steht doch oben rechts im Eck. Rote Zahl. Wie lange es noch geht. Du kannst auch auf dem Kopf gehen. Wie die Nutzung. Boah! Ja, ich glaube es ist. Ja, Dekor fahre ich auch. Rennen muss ich anders fahre, aber darüber habe ich immer... Was? Ja. Bei mir steht es nirgends, wie lange die Session noch dauert. Oh, da muss ich erst mal aufstehen. Ne, da oben links im Eck steht nur dran, wie viele Punkte ich gemacht habe. Weiß. Da unten, blau, alter. Nur schlechterer Farbe geht es nicht. Da unten, ganz unter dem Eck. Unter dem Haken. Sieben, unter. Yes! Das kann ich nicht. Das scheiß Farbe ist nicht mal hier vom Liege aus. Das ist auch ein weiß. Was dreimal? Ne, ich dachte ich hätte ihn dreimal. Was? Zweimal. Ja, was? Dreimal, zweimal, euimal. Die Gegner hier, Karte. Hä? Hä? Die Gegner hier, die Karte. Warum ist das jetzt auch schon so deutsch wie bei dem Gerade-Kid-Trophäe? Da steht 100-100. Ah, von dem Scheiß-Räder. Da steht auch 100. Wo? Ja, wie jetzt? Wo? Wo ich da draußen steht, da genutzt von 100. Oh, da willst du mich jetzt. Wo bei Reifen, Quali oder Rennstrategie? Nein, hier war ein Karte. Fetschen? Ah, nehm ich jetzt, paar bitte. Da ruft er auf und kümmern es zu, nudeln, und dann wieder, ja. Ich muss morgen Arzt. Und fünf Stunden später redet er aber von der Zammenschlag-Trophäe von einem anderen Spiel. Das heißt, warum nicht das Spiel, wenn ich mich so verarschen, warum geh ich nicht? Vorher bin ich auch gegangen mit Playstation an. Oh, Fu... 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 Fu 27. Ha... Fu... Hey bei der Henne, wenn der nicht Dussel ist, ist er deine. Wo ist das? Du verstehst. Geht doch gleich die Scheißerei. Geh? Auf jeden Fall. Scheiß der Hund, kein Blink, Gunny Ball. Geh? Ne, fahren wir erst und tun es dann knapp. Fahren wir erst und tun es dann knapp. Wie soll Spiele kaufen und das normalerweise müsste dann jeder Spieler 20 Euro Geschenk kriegen. Wenn ich den 50 Euro rausgebe, dann kannst du das mal. Nicht so, weil die heute auf ein paar Events weniger Zeit zur Verfügung hatten, haben die jeden 2.000 Rubinen geschenkt. Da kriegst du fast jede Woche wegen Updates. Da werden schon diesmal 10.000 Rubinen geschenkt. Eben, jetzt ist wieder ein Fehler drin. Dann kriegen wir bestimmt auch wieder Rubin oder anderes Zeug oder Beschleuniger. Ja, weil gewisse Leute Brot, also Ausdauer, also ganze Zeit spielen können mit den Leuten und keine Energie verlieren. Und die Leute, wie ich, verlieren eben welche. Und steht schon in dem Update da drin, in der Nachricht, ja, dass die Leute, bei denen es halt nicht umsonst ist, ja, gewisse Anzahl an Brot geschenkt bekommen, sobald sie einen Fehler behoben haben. Und die können auch überprüfen, so gesehen, wie viel du gespielt hast. Sobald Leute, die nicht unten sind, gar nicht spielen, die brauchen auch nichts geschenkt haben. Weil die waren ja dann so gesehen nicht von den Fehlern betroffen. Aber da haben wir schon ein paar geschrieben, ja, das heißt zum Beispiel Batman, ja, bei den Leuten wurde das Brot nicht abgezogen. Und da werde ich ja keinen Dauerzombi angreifen oder Dauerweg machen. Über dem einen überlebenden Wind, der war zwar ein bisschen wenig gegen Schirung, aber da scheiß man immer drauf. Ich bin nur knapp in den Top 100 gekommen, eine Woche leer, hatte aber, weil jeden Tag was anderes ist. Einmal so Punkte durch Forschung, einmal durch Bauen, okay, Forschung wurde jetzt geändert, also einmal durch Zombietöten, einmal durch Sammeln auf dem Feld. Dann mittwochs ist es, ähm, Leute trainieren. Ich muss sagen, es ist 24 Stunden. Und vor dem Samstag war, wo mich auch immer so viel verloren habe, ja, ich denke, es sind schon über 80.000 Tote. Ich weiß nicht, was Leute kennen. Also man weiß ja, es hat vier bis sechs Wochen. Und wir haben jeden, jeden Freitag genutzt, weil ihr schon ein Schirrchen macht für acht Stunden. Und es ging halt, äh, vor vier Wochen. Nicht das, was jetzt die letzte Woche war, so ein, zwei Monate davor. Da hast du halt unterstags für Kraft kaum Punkte oder bei gewissen Leuten gar keine Punkte gekriegt. Das konnten die bei jedem nachforschen, wieviel er gemacht hat und wieviel Kraft gefehlt hat. Für Power oder Stärke, wie soll man den Witsch. Ich habe 10.000 Minuten für Bon gekriegt, 8.000 Beschleuniger. Rubin war 3.000 und Forschungsbauen war in der Mitte 1.000 oder 2.000 Minuten. Und von Ressourcen, von 1.000 bis 4 Sachen 10 Millionen. Ich bin ja schon, finde ich Lügen, ich bin glaube der, da kann ich was sehen in der Rangliste. Wie ich der Beste bin ich auf dem Surfer-Rangliste. Muss ich nichts heißen, wenn einer jetzt 3 Millionen 1er hat, dann ist auch von der Stärke her der Beste. Aber ich bin ja heute Rathaus Level 20 aufgestiegen. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.